Hallo und herzlich willkommen bei Barstooling. Wir werden heute beim A38L das Handschuhfach ausbauen. Wir nehmen hier drüben die Torx T25 Schraube raus. Als nächstes klipsen wir hier dieses Teil aus. Das Handschuhfach auch aufmachen. Geht aber auch ohne, wenn es wäre. Dann lösen wir eins, zwei, drei, vier Schrauben. Dann diesen Stecker hier. Haben wir hier zwei Nasen. Dann haben wir noch drei Schrauben hier oben drin. Hier, hier und hier drüben. Und dann können wir das Handschuhfach. Zwei Pins hier auf der Seite müsst ihr gar nicht wegnehmen. Die Leitung geht hier rüber zu dieser Lampe. Stecker müsst ihr allerdings abnehmen. Der ist hier hinten dann nochmal eingeklipst. Und dann könnt ihr das Handschuhfach rausnehmen. Dann soll es das mit dem Video gewesen sein. Weitere Videos zum A38L und auch zu anderen Fahrzeugen natürlich auf dem Kanal. Dann wünsche ich einen schönen Tag, Abend oder Nacht. Bis dahin. Ciao.